Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Called Outlast Wir haben gerade draußen ganz dunkel Stelle den Gamma Wert ein indem du den Regler so verschießt dass du das Logo auf der linken Seite dunkel ist und du den Charakter auf der rechten Seite gerade noch erkennen kannst Neuspiel Normal Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke wir wünschen dir viel Spaß Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur einem Enthüllungsjournalisten dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reiche durch die Hölle auf Erden beschert Da du mit vorlieben Geschichten auf den Grund gehst um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen Hast du dich entschlossen das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenanstalt Mount Massive aufzudecken Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest Du bist kein Kämpfer und das kaum in der Nervenanstalt Mount Massive zu leben Um der Wald auf die Spur zu kommen bleibt dir kein andere Wahn als wegzudaum dich zu bestecken oder zu sterben I'm not a fighter Leider nicht Leider nicht Ich rückgierig schon Ich rückgierend schon So if you keep all that, we should amend doors between the towers of 10 and 3 in the end. Insane. Insane. dressing system. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werdet vielleicht beobachtet. Ich war vor zwei Wochen lang Softwareberater für Nordic. Murkof Psychiatrix System death by allemöglichen geheimhaltungsvereinbarung aber echt nur. Hölle mit den Kerlen Schrecklich ging dinge gingen davor sich. verstehe es nicht glaube nicht mal die hälfte der sehen habe doch etwas von traumtherapie die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hatten was sie auf sie im berg gewartet hat leute kommen zu schaden und murkhoff scheffelt geld das muss aufgedeckt werden deine ziele werden in diesem deinem notizblock aktualisiert dort findest du deine notizen mit und gesammelte dokumente gemütten ich bin so sogar berge so Drücke X um eine Tür und halte X zu drücken und bewege dich vorwärts und rückwärts um meine Tür langsam und rückwärts um die Tür und rückwärts um die Tür und rückwärts um die Tür und die Tür Reine zersperrt Ne, die ist zugeschlossen Reine zersperrt 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 Come on. Wie er sich festhält. Wie er sich festhält. Okay. bei der Minister für das Infos in deines Kampfs kennst du kannst überdrehen wechseln im Mix triffst hier will ich keine Träume Hörer liegt daneben Morkov Psychiatriksystem Project Wallrider Mount Massives CEO Fall Nr. 174 Patienten Institutionen WPH Billy Datum 14.10.2013 Erste Patientenbefragung 12.04.2009 Alter des Patienten 19 Geschlecht Männlich Behandelte Arzt Dr. Carl Houston DBNR Therapiestatus Patient behauptet in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgetrunken zu sein Morkovistische Antriebseaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen Diagnostik Spiromethik ergab keine progenen Akkumulationen Hämotokritzentifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen Höchst besorgniserregend MRI ergab aneurhythmische NREM Zyklen Lachen in NREM Phase Anmerkungen Billy erkundet sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Morkov und die Psychiatrie Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin Trotz Billys Betreuung er habe die Wahrheit In den Bluträumen von Dr. Trager entdeckt Anmerkungen Die einzige Version namens Dr. Trager Die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist Ist ein gewisser Richard Trager ein Angestellter von MRD Das gesamte Pflege- und Sicherheitsversorgung muss befreit werden und die Videoüberwachung verbessert werden Um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten Morkov Psychiatrie System Projekt Wild Rider Mount Messer Sea Hall Schau mal an Telefon mit Dings Video Blut Reines Blut 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 hier ist man hier und die zu ja klar ist auch noch was für Helm euer ist es uns nicht zu machen ne pepsi ich gehe erstmals ins Brat geht leider nicht jetzt habe ich auch jetzt sind wir hier in Quarantäne oder was gestern 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 Die Grafik ist ziemlich gut. 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 Die Grafik ist ziemlich gut.